get up gangsters es gibt leider leider ein riesiges problem und zwar haben mein kollege lex und ich seit ungefähr über einem jahr mega hit rumliegen dass ich so an den song wollen wir jetzt endlich nach über einem jahr warum die von ihnen endlich mal rausbringen weil wir jeden tag genervt werden und jetzt kommt der feine lieb soll er kommen jetzt wollen weg und zwar meint das management vom guten james morrison dass der herr der original von broken strings gesungen hat sein management meint jetzt hey ihr dürft den song rausbringen allerdings darf er nicht broken strings heißt deswegen sind lex und ich jetzt gerade ein bisschen am verzweifeln weil sie willst du den song sonst nennen so irgendwie uns fällt zumindest nichts ein was irgendwie sonst noch passt und deswegen habe ich mir gedacht mache ich jetzt einfach mal an tiktok dir auch wenn ich tiktok fasse und fragt euch schreibt ihr jetzt einfach alle mal irgendwie eure ideen in die kommentare vielleicht kommt ihr ja auf irgendetwas also er darf nicht broken strings heißen darf gar nicht im titel stehen hier habt ihr noch mal die die book denkt euch den namen aus Du kannst nicht erzählen, was mich geht, wenn mein Herz sagt, es sei zu dir, wie soll ich dich lieben, wenn du nicht mehr lebst. Oh, man, girl, the truck starts, jeden Menschen, den ich lieb, und ich weiß, ich hab dich nicht verdient, also lieb. Hilf uns bitte jetzt!